Heute reden wir über Sternlampen. Gerade irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren ist nämlich der Lumenwahnsinn ausgebrochen. Nach Corona wahrscheinlich die nächste Pandemie. Aber geballtes Wissen allein reicht schon aus, um dem Lumenwahnsinn zu entgehen. Also los geht's. Man stelle sich vor, du gehst wandern, gerade jetzt in der Herbstzeit und zu Beginn des Winters und stellst fest, dass die Touren zwar gut machbar wären, aber sich in der Länge einfach nicht mehr ausgehen. Klar, kürzere Touren wäre natürlich eine einfache Lösung. Oder aber man greift zur Stirnlampe. Denn mit der kann man eine Tour tatsächlich auch sicher beenden oder vielleicht auch sogar beginnen, wenn man einen frühen Vogel hat. Jedoch geht das auch nicht mit jeder Stirnlampe. Deshalb brauchen wir erstmal eine Unterscheidung. Lumen ist die Angabe für den Lichtstrom. Diese Angabe sieht man bei jeder Stirnlampe irgendwo in der Beschreibung oder der Internetseite dabei stehen. Grundsätzlich gilt, viel Lumen ist gleich viel Licht. Jedoch ist diese Angabe etwas tückisch. Tückisch, weil in den Produktangaben ja vor allem mit den Lumen geworben wird. Ursprünglich ist das auch die einzige relevante Info, die es zu einer Lampe per se braucht. Und zwar, wenn man sie in Form einer Lampe an die Steckdose hängt. Da diese Info aber auf die Stirnlampen übertragen wurde, fehlt heute oftmals ein wichtiger Faktor. Die Laufzeit. Denn viel Lumen heißt viel Licht, heißt aber auch viel Saft. Das bringt uns auch gleich zu den neueren Lampenideen. Auf Amazon, aber auch in seriösen Einzelhandelsgeschäften, werden immer öfter Stirnlampen oder Taschenlampen verkauft mit 10.000 Lumen, 20.000 Lumen oder manchmal noch mehr. Manchmal gibt es sogar 100.000 Lumen. 10.000 Lumen ist auch eine nette Idee, wenn man, wie gesagt, eine Steckdose hat. Das Problem aber ist, dass wir durch die Stromversorgung per Batterie oder auch per Akku in der Dauer dieser Leuchtleistungen sehr beschränkt sind. Manche Taschenlampen schaffen die 10.000 Lumen, aber vielleicht gerade mal auch nur eine Minute. Und das ist am Berg natürlich recht wenig. Auch wenn wir in dieser Minute vermutlich den halben Berg sehen könnten. Wir sollten uns also erstmal von der Idee verabschieden, dass mehr Lumen immer besser sind. Heute gibt es aber bereits zahlreiche Lampenmodelle, die eine Stufenregelung für die Lumen haben, was die Lebensdauer ebenfalls entsprechend anpasst. Wie viel Lumen wirklich notwendig sind, das schauen wir uns aber jetzt erstmal an. Für die meisten Stirnlampen ist der Lichtkegel sehr ähnlich angelegt. Dieser wird vor allem durch den Reflektor bestimmt. Trotzdem gibt es minimale Unterschiede, weshalb es keine Lumenreichweiteumrechnung gibt. Hier muss man sich auf die Herstellerangaben verlassen, aber durch die Ähnlichkeiten kommt man auf grobe Richtwerte, die in der Regel hinkommen. Als Notfalllampe oder auch als Zelt- oder Hüttenlampe tut es eine Stirnlampe mit 100 Lumen vollkommen. Das reicht, um die nächste Umgebung gut ausgeleuchtet zu haben, zu wissen, wo der nächste Fuß hinsteigt und wo die verdammten Oropaxes eigentlich schon wieder hingelegt wurden. Der Vorteil dieser Lampen liegt in zwei Punkten. Sie sind sehr klein und leicht und günstig. Die nächste Stufe wäre dann die Frage nach einer Stirnlampe für das Wandern und Bergsteigen. Also wenn es vielleicht wirklich früh morgens losgeht oder spät abends erst enden wird. Eine klassische Stirnlampe, die man eben für alle Fälle dabei hat oder über mittlere Dauer brauchen kann. Auch hier sind keine Lumenwunder notwendig. In Wirklichkeit kommt man mit 300 Lumen vollkommen aus. Denn hier wird die nächste und mittlere Distanz mehr als ausreichend ausgeleuchtet. Und in der Ferne sind einzelne Bereiche ebenfalls noch erkennbar. Hier sollte man auf Reichweiten zwischen 30 und 60 Meter als minimale Distanz im normalen Betriebsmodus achten. Dann kann man sehr gut und sicher bergsteigen und wandern, auch wenn es Stockfenster ist. Und damit kommen wir auch zum großen Punkt der Frage nach Lumen und Lichtkegel und Leuchtreichweite. Wir brauchen diese ganzen Zahlen, vor allem die hohen Zahlen jenseits der 400 oder 500 Lumen, vor allen Dingen dann, wenn wir schnell werden. Würde man also mit einer 100 Lumenlampe mit 100 kmh im Auto fahren? Eher nicht. Und genau so gibt es auch im Bergsport Disziplinen, die es unmöglich machen, mit niedrigen Lumenzahlen und schwachen Lampen wirklich schnell unterwegs zu sein. Schnell unterwegs sind wir beispielsweise bei Skiabfahrten, bei einer Skitour oder beim Trailrunning. Auch das Mountainbiking, das auf diesem Kanal ja völlig ausgeblendet wird, ist ein Anwendungsfall für richtig helle Lampen. Denn bei diesen Sportarten brauchen wir die Distanz und brauchen wir die Sicherheit zu wissen, ob in 100 Metern ein Baum, ein Wildschwein oder ein Weg ist. Denn bei höherer Geschwindigkeit sorgen mehr Lumen durch den ähnlichen Lichtkegel letztlich für mehr Reichweite. Und das wiederum sorgt dann für Sicherheit. Damit ist aber auch klar, wer sich nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit im Gebirge bewegt, wird die tausender Lampen auch einfach nicht brauchen. Helle Lampen sind nicht immer nur gut. Natürlich sind sie teuer, aber wer mit 2000 Lumen die Nacht zum Tag macht, macht das ja nicht nur für sich. Es macht einen immensen Unterschied, ob man mit einem extrem hellen Licht durch den Wald geht oder mit einer ausreichend hellen Stirnlampe. Aber nicht für den Menschen, der eh nur den nächsten Schritt sehen muss, sondern vor allen Dingen für die Tiere. Die haben nämlich dadurch in der Regel sehr viel mehr Stress, wenn man sie durch helles Licht immer wieder weckt oder aufscheucht. Mit einer sehr hellen Lampe in die Ferne zu leuchten, kann gern mal einen halben Kilometer weiter hinten ein Tier erschrecken. Eine 300-Lumen-Lampe richtet in 500 Metern Entfernung überhaupt nichts an. Das ist natürlich ein Punkt, von dem man sagen kann, ja, was tankiert mich das? Und im Prinzip überhaupt nicht, aber es entspricht eben nicht den Grundprinzipien des Berggehens, so zurückhaltend wie möglich zu sein. Aber um nochmal auf Trailrunning und Skitouren zurückzukommen, hier sind die 800 bis 1000 Lumen Lampen berechtigt. Vor allem bei Skitouren, da man wirklich weite Distanzen und oder auch eine breite Spur, also einen breiten Lichtkegel brauchen kann. Beim Traillauf sind die 500er Lampen aber wie gesagt vollkommen ausreichend. Wie gesagt, es geht vor allem um die Frage, was macht man mit den 500 Lumen? Deshalb schaut euch die Reichweite der Lampen an. Reichweite ist beim Trailrunning wichtig, bei Skitouren ist es sowohl Reichweite als auch Abstrahlwinkel. Die besseren Stirnlampen können hier auch umschalten, also den Lichtkegel verstellen. Breiter Abstrahlwinkel oder eben fokussiert für mehr Distanz. Dann ganz kurz noch zum Thema Rotlicht. Dabei geht es nicht um die Reeperbahn, sondern um den Lichtmodus. Das ist eine hilfreiche Einstellung fürs Austreten in den Nachtstunden sowohl auf der Hütte als auch aus dem Zelt. Rotlicht ist nämlich nicht schlafstörend. Mit rotem Licht werden andere Leute nicht so leicht geweckt und auch man selbst wird durch das Licht nicht wacher. Deshalb eine perfekte Lösung für nächtliche Problemlösungsaktionen, wenn man so will. Zuletzt bleibt noch eine Frage. Akku oder Batterien? Ich bin in den letzten Jahren immer mehr ein Fan von beidem geworden. Der Akku ganz klar hält länger, wenn er groß genug ist, ist umweltschonender, weil er nur einmal gebaut wird und leuchtet gleichmäßig. Die Batterien haben aber auch Vorteile. Nämlich, dass man mit Ersatzbatterien im Prinzip eine endlose Laufzeit hat. Daraus ergeben sich natürlich auch die Nachteile. Wobei ich den Nachteil beim Akku fett unterstreichen will, ist der Akku alle ist natürlich Schluss. Das ist natürlich gerade in der Nacht sehr doof. Es gibt aber mittlerweile auch Ersatzakkus für Stirnlampen und hybride Betriebsmöglichkeiten. Ein wichtiger Tipp noch zum Schluss. Wenn ihr eure Leuchtdauer bei der Stirnlampe kennt, was ihr kennen solltet, dann merkt euch, welche Einstellungen welcher Leuchtstufe entsprechen. Wenn ihr nämlich im Boost-Mode einer Lampe unterwegs seid, der eine Stunde funktioniert, aber glaubt, ihr seid im Normalbetrieb unterwegs, kann euch die Lampe während der Tour eingehen. Deshalb ist es praktisch, darüber auch Bescheid zu wissen, um solche klassischen Fehler vermeiden zu können. Generell gilt sowieso, beschäftigt euch mit der Bedienungsanleitung im Idealfall vor dem Kauf. Es gibt Stirnlampen, da ist die Bedienung ein einziger Kampf, wenn man nicht weiß, was man tun muss, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Vor allem bei Lampen, die einen Knopf haben, der dreifach belegt ist. Black Diamond beispielsweise hat einen Knopf für die Lampe, der mit Langdrücken, Kurzdrücken und Doppelt hintereinanderdrücken verschiedene Dinge ausspielt und dann nochmal durch das Kombinieren dieser Funktionen nochmal andere Funktionen startet. Wer da die Anleitung vorher nicht gelesen hat, der kommt im Zweifelsfall aus einem falschen Knopfdruck nie wieder raus. Und ein Knopf, viele Funktionen, das ist leider mittlerweile auch der Industriestandard. Ganz zum Schluss nun noch meine persönlichen Markenempfehlungen für den Bergsport. Wie gesagt, ich bin dafür ein Kenner. Für Tauchen, Höhlenforschung etc. bin ich keinerlei Experte und habe wirklich null Kenntnisse. Aber im Bergsport kann ich sagen, Petzl und Ledlenser und teilweise Black Diamond. Und Petzl habe ich lange verwendet, verwende ich mittlerweile nicht mehr. Petzl weiß genau, was sie tun und auch wie sie es tun. Meiner Meinung nach ist Ledlenser komplett ebenbürtig und haptisch für mich angenehmer. Black Diamond, ja, die haben auch Stirnlampen, sind oftmals günstiger als Ledlenser und Petzl, aber manche in der Bedienbarkeit eher mühsam und manche etwas wackelig, tun aber genauso das, was sie sollen. Meine Stirnlampe für den täglichen Gebrauch ist und bleibt die Ledlenser MH7, weil sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil sie leicht zu bedienen ist, weil sie keinen Schnickschnack hat, den ich nicht brauche. Stichwort Blaulicht, Grünlicht und so weiter. Und das die Bedienung natürlich sehr einfach macht. Video ist schon wieder viel zu lang, deshalb machen wir es kurz. Was für eine Stirnlampe habt ihr? Schreibt mir das gerne. Bis zum nächsten Mal in die Kommentare und dann, nein, Moment mal, bis zum nächsten Mal wünsche ich, äh, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.